Team Charlie, wie ist der Status? Team Charlie in Position, copy. Team Leader in Position. Lass mich den Wichser kalt machen, nein. Bleib ruhig, verstanden? Sicher die Bühne! Hat's dich erwischt? Wir haben alle erwischt, oder? Nein. Sieh mal einer an. Wen haben wir denn hier? Mein Geld? Interpol. Das ist doch niemals ein Zufall. Wir machen keine Geschäfte, bis die Ratte gefunden ist. Er ist ein Freund von deinem Dad. Du kanntest meinen echten Dad? Er ist ein Geist aus deiner Vergangenheit. Muss schwer sein, nach Hause zu kommen, wenn es nichts mehr gibt, für das man kämpfen kann. Es gibt immer was, für das man kämpfen kann. Setz dich. Also, was ist los? Was ist mit meinen 15 Millionen Euro passiert? Ich bringe das bis morgen in Ordnung. Keine Komplikationen mehr. Hallo, hier ist Paul Woodley. Ich will den Deal. Ich will wissen, wo mein Geld ist. Nun ja, weißt du, es gab dann noch eine Komplikation. Ich mag keine Komplikationen. Ich hab was für dich. Marco! Angie! Stopp! Los, ich schau, komm. Sie ist im Auto! No! 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 Wo ist die Kleine? Sie haben sie. Ich hab doch gesagt, dass ich Zeit brauche. No one must survive. Ich werde sie alle umbringen. Ich will einfach nur Angie zurück. Ich tue alles, was du willst. Bring das Geld zu mir. Und Paul, wenn du mich anlügst, dann töte ich alle, die du liebst. Vorsicht, Kleiner! Mach dich fertig. Lass uns spielen. Bis zum nächsten Mal.